Herzlich Willkommen zu Little Nightmares. Wir sind wieder da, wir stehen noch immer auf der Treppe und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Imgrimsch und ich begrüße euch. Wir waren auf dieser Treppe stehen geblieben, hüpfend, nein, und wollten gerade hier hoch. Wir schauen mal. Das ist aber auch ein krasses Bild so, ne? Hallo. Und ich frage mich immer noch, warum eine kleine Dame einfach weitergeht, wenn ich den Controller, den Stick, loslasse. Was haben wir hier? Hier da drin wird es anscheinend heller. Gehen wir weiter hoch. Und jetzt habe ich keinen Sound mehr auf den Kopfhörern. Jetzt habe ich keinen Sound mehr auf dem Kopfhörer. Ich bin gleich wieder da. So, nach einer kurzen Unterbrechung, tut mir leid, ich hatte irgendwie keinen Sound mehr auf meinem Kopfhörer. Schauen wir mal, was wir da oben haben. Wo geht denn das jetzt weiter? Durch die Luke, oder? Wir gucken mal. Nein! Oh, jetzt ist sie da runtergehüpft. Ich wollte da noch nicht runter. Jetzt ist sie da einfach runtergehüpft. Das sollte sie doch noch gar nicht. Okay, das ist ein Koffer, den man zieht. Was ist das denn? Okay. Was ist hinter? Okay, da kommt sie nicht hoch. Hm. Oh, das ist jetzt voll ärgerlich, dass ich da jetzt eben nicht weiter konnte. Oh, was ist das für ein Geräusch? Oh. Daneben hüpfen ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um weiterzukommen. Da hat sich eine hängt. Oh nein. Oh nein. Das hat... ... ganz schön geknackt. Hm. Ich glaube, ich ziehe lieber. Was das alles für Bilder sind, ne? Nein. Och, nee. Der soll... So, wir machen das einfach mal schon mal auf. So, wir machen das einfach mal. Das Rohr mit dem Auge ist auch sehr interessant, finde ich. Ach, Mensch. Warum springt die denn nicht da ran? Das verstehe ich nicht. Das ist so eine Statue, die ich mitnehmen kann. Das ist so eine Statue. Das ist so eine Statue. Das ist so eine Statue. Okay, so geht's auch. Das ist so eine Statue. Was macht der denn hier? Hm. Oh. Okay. Das sieht doch schon wieder komisch aus hier. Ich kann mich hier verstecken, ich glaube das mache ich mal. Kann ich das irgendwie aufmachen hier? Nö, offensichtlich nicht. Boah, jetzt schon wieder Hunger. Ja. 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 was zu essen. Oh. Jetzt scheint er wieder ein bisschen Kraft zu haben, die junge Dame. Was denn hier auf der Seite? Gehen wir erstmal hier lang. Da oben war ein Hebel eben, ich glaube wir müssen eigentlich gar nicht hier lang. Ah, hier sind wir jetzt. Auf der anderen Seite der Treppe. Aha, aha. Komm ich da irgendwo hoch? Vielleicht irgendwo. Nein. Nein. Hm. Ein bisschen schwingen vielleicht. Ein bisschen schwingen. Ein bisschen schwingen. Ein bisschen schwingen. Ein bisschen schwingen. Er hat aber witzige Beine. Ein bisschen schwingen. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ein bisschen schwingen. Ein bisschen schwingen. Oh nein. Oh, der mit dem Genick geknackt. Oh, das ist ein ekliges Geräusch. Geräusch. Okay. Nein. Hä? Hat der mich denn jetzt gehört? Haben die Balken geknackt? Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Oh. 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 Das war's für heute. Nein, lass deine Finger bei dir. Boah, das ist der unangenehm, der Typ. Ist der unangenehm. Okay, ich muss hier wohl noch unten kurbeln. Oh, Glück gehabt, okay. Was? Hey, kleiner Mann. Warum willst du hier weg? Oh. Ein bisschen kuscheln, den Mann. Hm. 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 Boah, was ist denn hier los? Ihhh. Ihhh. Was war das denn? Was war das denn? Oh, Mann. Ich weiß nicht, was war das denn? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wie ist das denn? Oh, Mann. Was war das denn? junge dame schnell was ist denn hier drunter sieht er mich sieht er mich nein wieso sieht er mich wie kommt denn vor allem wie kommt denn der darunter kann doch nicht wahr sein wie konnte der mich denn jetzt sehen nein 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 wie der art meine rettung aber was waren das für was sind das für wesen ich glaube die frage wisst ihr was die frage die beantworten wir einfach in der nächsten folge oder ich versuche es zumindest ich danke fürs zuschauen fürs dabei sein ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder nicht mehr ich hätte